Der Toro Timecutter Z kombiniert Leistung und Geschwindigkeit mit einer ausgesprochenen Benutzerfreundlichkeit. Dieser robuste Rasenmäher ist die perfekte Wahl für Ihren großen Gang. Anhand zweier bedienerfreundlicher Steuerhebel steuern, beschleunigen und bremsen Sie den Rasenmäher. Damit verfügen Sie über ein Maß an Kontrolle, das die Möglichkeiten husspedalgesteuerter konventioneller Aufsichtsrasenmäher bei weitem übertrifft. Außerdem erlaubt der Nullwenderadius des Timecutter das bündigere Ausmähen um Bäume, Blumenbeete und andere Gartenbauobjekte. Dadurch ersparen Sie sich viel Mühe und Zeit. Der am Heck des Mähers untergebrachte Motor ermöglicht Ihnen eine ungehinderte Sicht. So wird das Mähen, Wenden und Trimmen wesentlich einfacher als mit einem konventionellen Aufsichtsrasenmäher. Die patentierte Recycler-Technik von Toro zerkleinert das Schnittgut mehrmals zu feinem Mulch und verteilt es dann auf der Rasenfläche. Das Schnittgut kompostiert schnell und führt dem Boden Nährstoffe und Feuchtigkeit zu. Diese umweltfreundliche Lösung spart Ihnen eine Menge Zeit, da Sie keine Fangkörbe leeren und den Inhalt entsorgen müssen. Der Timecutter Z ist ein Arbeitsgerät, auf das Sie sich verlassen können. Seine Pro-Style-Merkmale, seine Leistungskraft und Langlebigkeit ermöglichen es Ihnen, auch große Rasenflächen in kurzer Zeit zu mähen. Und Sie haben wieder mehr Zeit, Ihre Grünflächen auch zu genießen. Ausputzarbeiten fallen praktisch nicht mehr an. Also wieder ein Grund mehr auf Toro zu setzen, wenn es um Ihren Garten geht.